Als Ringrichter von der Sportarbeiter Klaus Klaser in einem Finalkampf, der weitere Jugend 75 Kilogramm steht sich gegenüber. In der roten Ecke Lisa Kati, T.V. Frieden, in der blauen Ecke Altin, K.V. Magnai, Essig-Colonia Köln. Ring frei, Runde 1. Vinteln, Vinteln. Vielen Dank. 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 ... 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